Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Daily Deep Dive. Ich möchte heute mal mit euch darüber sprechen, wie wir es schaffen, in unserem Business den Spagat hinzubekommen, zwischen auf der einen Seite kontinuierlich immer weiter innovativ sein und immer weiter neue krasse Ideen kreieren und auf der anderen Seite trotzdem den Status quo, die aktuellen laufenden Dinge, auf einem richtig geilen Niveau weiterzuführen. Denn das sind zwei verschiedene Modi, die unterschiedliche Skills brauchen und die miteinander zu vereinen, insbesondere langfristig in unserem Business, damit wir, wenn wir zu sehr in die innovative Komponente reingehen, schießen wir uns immer wieder unser eigenes Fundament weg und beginnen gefühlt immer wieder von vorne. Und wenn wir aber die Innovation schleifen lassen und nur auf, okay, alles klar, aufrechterhalten und geile Strukturen und geile Prozesse und so weiter, dann, ja, irgendwann kommen wir dann in so ein Fahrwasser, wo irgendwie nichts mehr Neues draus entsteht und dann wird es auf der einen Seite irgendwie langweilig und auf der anderen Seite lassen wir auch eine Menge Potenzial, das wir haben, auf dem Tisch liegen. Und dazu möchte ich euch mal eine Geschichte mitnehmen. Und zwar, ich lese gerade das Buch Loon Shots. Das ist ein super spannendes Ding und da geht es nämlich genau darum, wie wir so die radikalen Durchbruchideen fördern, die wirklich die Welt verändern können. Und da gibt es eine Story aus dem Zweiten Weltkrieg und Amerika war in der Situation im Wettrüsten mit Deutschland und mit Hitler, dass sie auf der einen Seite an technologischer Front natürlich weiterentwickeln mussten und dann gab es dann ganz viele neue Erfindungen wie Radarsysteme und so weiter und so fort, mit der dann U-Boote unter Wasser getrackt werden konnten. Und auf der anderen Seite mussten sie aber natürlich auch in dem altbekannten Metier immer weiter unterwegs sein und halt irgendwie die klassischen Waffen produzieren und sozusagen das Handwerkliche innerhalb von so einem Krieg. Und dann gab es einen Mann, dem die Aufgabe zugetraut wurde, diese beiden Dinge miteinander zu vereinen und Amerika bestmöglich quasi darauf vorzubereiten, dass sie sowohl die Innovation fördern, als aber auch die ganzen, an der Basis weiterarbeiten, um dementsprechend eine Chance zu haben gegen Deutschland. Und dieser Mann war Vanover Busch und Vanover Busch hat zwei Dinge direkt installiert, als er diese neue Aufgabe begonnen hat und anhand derer können wir lernen, wie wir es schaffen, Innovationen und trotzdem die Basis immer wieder am Start haben, wie wir diese beiden Dinge ebenfalls für uns miteinander vereinen können. Und zwar, Punkt Nummer eins, den er gemacht hat, er hat die beiden verschiedenen Fronten, die für die jeweiligen Aufgaben zuständig waren. Auf der einen Seite die teilweise etwas verrückten Wissenschaftler, die dann da geforscht haben und die für die Innovation zuständig waren. Und auf der anderen Seite die ganzen Generäle und so die ganzen, ich sag jetzt mal, Alteingesessenen, die hat er erstmal voneinander getrennt, physisch. Das heißt, er hat gesagt, okay, alles klar, hier sind die einen und da gibt es ein ganz anderes Gebäude und da tüfteln die anderen, dass sie sich erstmal im Alltag nicht in die Quere kommen und jeder in seinem Modus unterwegs sein kann, weil ansonsten sehr, sehr schnell so ein Ding von, okay, alles klar, die Wissenschaftler belächeln so ein bisschen die alten, störrischen und so weiter und die belächeln die Wissenschaftler im Sinne von, ja, was machen die denn da irgendwie, irgendwelche crazy Ideen, funktioniert der eh gar nicht. Das heißt, er hat die erstmal physisch voneinander getrennt und dann hat er aber dafür gesorgt, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden sehr, sehr stark ist. Denn, wenn die Wissenschaftler irgendetwas Neues entwickeln und das dann an die Basis geben, wo es dann eben umgesetzt wird, wenn da die Kommunikation nicht stark ist, dann nutzen die das überhaupt gar nicht. Und wenn aber auch die Kommunikation zurück nicht stark ist, und weil niemand entwickelt sofort als allererstes stark ein richtig krasses Produkt, das perfekte Produkt, wenn die Kommunikation rückwärts auch nicht da ist, dann wird es halt im Alltag genutzt, aber der Transfer geht gar nicht wieder zurück zu den Wissenschaftlern, die das dann eben im stillen Kämmerlein noch weiter improven können. Das heißt, zwei Dinge, damit wir es schaffen, auf der einen Seite die innovativen Ideen weiter zu fördern und auf der anderen Seite die Basis weiter zu entwickeln und für ein solides Fundament zu sorgen, ist, wir müssen das beides voneinander separieren, aber für gute Kommunikation dazwischen sorgen. Und wenn wir aktuell noch nicht irgendwie hunderte von Mitarbeitern in Riesenunternehmen haben, sondern das vielleicht aktuell alleine machen oder vielleicht ein kleines Team von ein, zwei Leuten gerade am Start haben, wie können wir das im Kleinen umsetzen? Ganz einfach, indem wir verschiedene Zeiten unserer Zeit, aber auch von unseren Mitarbeitern, falls wir welche haben, blocken für die jeweiligen Tasks oder sogar einzelne Leute komplett in die jeweiligen Lager schieben. Aber gehen wir mal von dem Fall aus, wir machen unser Business aktuell komplett alleine, dann sind wir ja nur wir. Das heißt, das Einfachste, was wir machen können, ist, indem wir uns entweder fixe Zeiten am Tag oder aus meiner Sicht sogar noch besser, Tage komplett für die verschiedenen Modi blocken. Und so mache ich das sehr, sehr gerne, dass ich sage, okay, da habe ich einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage, wo ich komplett in den Innovationsmodus reingehe und nur Gedanken spinne und wie könnte man und wirklich crazy Ideen. Und dann habe ich wieder einen Tag oder zwei, wo ich sage, okay, alles klar, jetzt mal die ganzen crazy Ideen beiseite und jetzt geht es wirklich nur um die Umsetzung. Jetzt geht es nur ganz, ganz praktisch, ganz, ganz hands-on wirklich um die Implementierung von all diesen ganzen Ideen. Und dann nicht hin und her zu switchen, weil was für uns, für unseren Kopf extrem schwierig ist, ist, wenn wir auf der einen Seite irgendwie eine Stunde krass innovativ denken sollen und dann sollen wir eine Stunde sehr, sehr praktisch sein und sollen uns die Frage stellen, wie können wir das jetzt bestmöglich implementieren. Ansonsten kommen nämlich immer die jeweils anderen Züge damit rein und während wir dann krass innovativ unterwegs sind, sagt dann die Umsetzungskomponente so, ah, nee, das geht ja nicht, weil, denkt dann sofort in die Umsetzung und andersrum genauso und dann kommen die sich gegenseitig in die Quere und wir schaffen keins von beiden. Das heißt, das voneinander zu separieren, das voneinander zu trennen, ist eine richtig, richtig gute Idee, weil es eben dafür sorgt, jetzt kriegen wir den Gegenverkehr, weil es eben dafür sorgt, dass wir beides unterbekommen und eben die Qualitäten von beiden Energien am Start haben. Das ist super, super wichtig. Und wenn wir schon ein kleines Team haben und da vielleicht sogar auch einzelne Teammitglieder haben, die irgendwie eher für den Umsetzungspaar zuständig und die, die eher für den innovativen Paar zuständig ist, da immer wieder eine gute Kommunikation zwischen zu gewährleisten und die immer wieder an den Tisch zu setzen, aber dann jeden wieder in seine Richtung rennen zu lassen. Super, 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 super wichtig. Also so schaffen wir es, auf der einen Seite immer weiter zu entwickeln und immer innovativer zu sein und trotzdem geile Basis, geile Umsetzung, geiles, geilen Alltag auf die Beine zu stellen. Super, super spannend. Also, ihr Lieben, gebt uns gerne mal unterhalb ein Feedback. Wie ist das aktuell bei euch? Schafft ihr das, die Innovation und wirklich die Hands-on, die praktische Umsetzung richtig gut unter den Hut zu bekommen? Und wenn ja, wie geht ihr das Ganze an? Und wenn nicht, vielleicht hat euch mein heutiger Impuls dazu geholfen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Cheers! Cheers!